Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play InfoWay. Wir sind mittlerweile bei Folge 18 angekommen. So, ich habe mir auch ein bisschen Geld geschickt. Oder auch nicht. Na ja gut, hat wohl nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe. Na ja gut, machen wir mal weiter mit unserem Quest. Wir wollten zum Turm. Wir waren ja in der letzten Folge beim Lehrer. Und jetzt gehen wir mal zum Turm und gucken was uns dort erwartet. Ich habe auch festgestellt, wenn unser Mr. Krabs hinter uns bleibt und irgendwo verschwindet, können wir ihn einfach wieder rufen und er ist wieder da. Also, jetzt verschwindet es nicht tragisch. Wir könnten ihn ja rufen. Aber im Wasser erscheint er sehr schnell zu sein. Hm, vielleicht haben sie ja was gemacht. Ich finde ihn gerade sehr fix. Wann weiß ich nicht. Wann weiß ich nicht. Gucken wir mal hin müssen. Wann müsste eigentlich passen. Hm. Sieht ein bisschen aus wie die Freiheitsstatue. Von den Nachtwilfen oder so. Also, es fällt einem ein. Es gibt dieses Video wirklich auf. Also, mir zumindest. Läuft dran vorbei und vergisst es. Ja, wollte er noch flüchten. Zerlum. Aber nicht mit uns. So, wir müssen gucken. Ich glaube, man könnte irgendwie so einen Weg oder so hoch gehen. Ja. Ja, ich sehe schon Dämonen. Okay, das wird spannend, denke ich mal. Das wird spannend. Ja, und dann haben wir auch den ersten Dämonen geendet. Ja. Dämonen waren noch nie so meine Freunde. Aber die Dämonen spielen ja... Oh, warte. Spielen ja eben für eine Crusade eine sehr, sehr große Rolle. Wir können nachdem, der auch beim Lehrer war, funktioniere es mit ihm auch. Es wird auch weiter gesagt. So, ich dachte mir gerade immer was drin gewesen für uns. Wenn wir das gerade entdeckt haben... So... das tun wir da an soviel zum Thema soviel zum Thema funktioniert besser soviel anscheinend den anderen nicht von morgen loben das hätten wir so soo das ist dann wieder so eine Situation, wo ich mein Wasser gut vermisse so, gestärkt ein Zwerg mh, sieht doch heute sehr leer aus und wir haben ja auch noch recht früh und haben gerade bei mir halb 8 es ist doch noch recht früh die anderen weiß nicht, ist der, ne das ist genauso groß wie es ist ich weiß nicht ob der der Agro zieht der kann einfach nur in Reichweite das könnte ja auch durchaus sein aber ich glaube wir müssen irgendwie so einen Oberdämon kühlen oder so oh, ein Rahmen mit 26 puh das Problem ist, wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum um den wirklich gillen zu müssen auf auf Ja, das war's für heute. Hä, so geht es los. Natürlich habe ich keinen Manu. Hoffentlich hoch der nicht ab oder so. Und er hat ein paar Koopa von. Ist er nicht nett. Naja. So, am Anfang finde ich, dass er sich immer an, wie man ihn los schiebt, wie man ihn schießt. Leise. Ach, da kommt direkt der Nächste. Ist ja nett. Ich glaube, er ist dann mal besser. Naja. Ein paar netter Kleider. Wenn wir schon mal dabei sind. Na ja, drogen wir auch. Ich habe einen auf der Bank gegen euch. Ich glaube, der war für... Stufe 30 oder so. Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Irgendwie so war das. Aber ich möchte nicht. Ich glaube, ich würde auch das machen. Natürlich hat er es immer noch. Hm, zum Quarz. Okay, 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 okay. Oh, beim Ballstoff holt sich mein Hexen. Ja, tja, ähm... Zwischen 3 wollte ich grad sagen, aber nein, das steht nicht, ähm... Schneiden, oder schnell 3. Ich kann jetzt gleich auch mal ein paar Achtertaschen basteln. Ach so, mein... oh, mein Pferd ist tot. Der Doof, hab ich nie aufgerufen. Aha. So. Fett mal wiederbeleben. Ähm... Ja, aber da freut er sich, 60% Höhe. Es ist unbedingt Gliederstil, um es zu sehen. Ja, das ist ja gut, ich weiß nicht, der Plan auch gut. Okay. Ja, das ist ja gut. Okay. Okay. Mal gucken, wie das, wie der Glieder mittlerweile ist. So verlässe ich. Ist immer noch Stufe 4. In dieser Weise, ich weiß nicht mehr, wie viel es gibt. Ob es 5 gibt oder 10, keine Ahnung. Aber werden wir ja sehen. Vielleicht hat das dann am Anfang... Ich weiß gar nicht, ob man das nachher skillen konnte, oder ob... Ich hab irgendwie im Kopf, das konnte man skillen mit auch einem Talentbaum. ... Oder vielleicht kommt das noch? Oder das wurde endlich reingebatcht. Das weiß ich nicht mehr. Ist leider zu lange her. Ich hab die Insel, ist ja die Aufschung frei. Ich hab die in den Reindesang nicht gebrochen. Ich hab die in den Reindesang nicht gebrochen. Aber was ist das? Ich weiß nicht Wenn der komische Wolf wegkommt, dann weiß ich nicht Sehr mysteriös Einmal vielleicht können wir dann auch ledern und dann verpunkte wir gut machen Yeah, viel Versuch 15.08 So, 15 können wir die nämlich noch ledern Vielleicht kriegen wir dann auch Wird solle Sachen raus für Wie soll das tun? Cool Ich glaube wir sind in einem anderen Kreis gelaufen Und wir sind irgendwie zurückgelaufen Hm Das Tod ist auch Tod Ich bin dran vorbeigelaufen Ich weiß nicht, ist das ein Kreis? Ich bin dran vorbeigelaufen Ah, ich bin dran vorbeigelaufen, okay Ich bin dran vorbeigelaufen, okay Ich habe jetzt nicht drauf gedacht Aber ich glaube es hat wirklich noch keiner irgendwas gepostet Wie gesagt, kann wirklich daran liegen, wenn es noch so früh ist Ja, da ist er Komischer Kopf, genau Ich glaube ich bin dran vorbeigelaufen Die Quest hat sich mit Ähm Mit meinem Schamanen gemacht Und dadurch dass der allein ist, bin ich hier sowas von oft verweckt Aber ich weiß jetzt nicht wie es ist Als Jäger hier mit meinem Ultrabett Vielleicht reicht es nicht Ähm Auch dahin Und ich sterbe auch ganz oft Man weiß es nicht So, erstmal ein bisschen Tränen können Dann können wir alles messen Einen Kopf oder so brauchen wir Ne, wir müssen noch nicht töten, okay Das sieht gut aus Weiterspielen, ich bin dran vorbeigelaufen So, wo mein Freund Dann hau ihn mal um Dann hau ihn mal um Na gut, wir müssen zwar nur einmal gestorben haben, aber das, was wir wollten Perfekt Ja gut, ob es so perfekt ist, aber gut, aber es hat für uns irgendwie nicht Das ist die Hauptsache Ja, komisch gefühlt Ich glaube, die habe ich schon mal an gar nicht hingekommen Ich bin so oft gestorben Irgendwann rot Und dann, ähm Sind die alle wieder respawned Ich habe es jetzt ja immer geschafft, ein paar auszudünnen Es waren immer noch zwei da, aber das hat ihm immer geholfen Und dann, die an Nur immer wieder K.O. quasi So Müll, 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 Müll Müll Äh gut, Quest gegenstand Hier darf ein Ja, hier darf ein Leichte Böhm Leichte Böhm Theoretisch brauchen wir dann nur um Das komische Salz in die herzustellen Aber ich bin ehrlich, ich weiß gar nicht mehr wo weiß Salz herbekommt Salz Ob es kaufen kann Ich weiß es nicht Ich auch nicht So Guck Leukombus blauen Ich habe einfach Brot angefangen Oh Ich glaube damals, die mussten ich durch die Sternen ja, ich bin der starb, mein Zergweizen der Meister das war also ziemlich schwierig so jetzt mein Weg zurück lustig, der guckt mich an, macht sein Schild und kämpft weiter mit Mr. Crips ich glaube, das funktioniert auch nicht so wie ich will ich glaube, das funktioniert auch nicht so wie ich will so 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 glatt, so glatt essen wir was essen so toll reine Absicht, Mobbing wenn ich das so ich bin mir sicher die ich kann ich kann den 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 Ah, warum auch richtig lang für eine Folge... äh, für eine Quest hier, hm? Ja, wir hauen halt einfach ab. Das ist schon eine Geschichte. Oder warum die da ist. Total. Da bist du schnell. Und so. Ich glaub's nicht. Ähm... Funktioniert abzauern ohne Aspekt hier? Ah, das war dann unmopft. Ist genommen. So. Oh. Da posten einer. Was denn? So ein Aufruf. Dann posten ganz viele was. Du sterb vor der Tür. Wer ist das jetzt nicht? Naja, gut. Trinkt nix. Das ist ja auch so der Name, ne? Trinkt nix. So. Oh. Deshalb belebe ich mich mal wieder. Wupp. Oh Mann, oh Mann. So. 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 Dann würde ich sagen, wir uns in der nächsten Folge. Und... Wie wir dann unsere Quest abgeben, geht ihr dann. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. enhх. Untertitelung des ZDF, 2020